Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder bei Resident Evil 5 mit dir Alex. Und mit dem Dan. Yes. So. Letztes Mal hatten wir ja dieses super schicke Tentakelmonster getötet. Ich finde, das war mit Abstand das hässlichste Wesen, was wir bisher hier getroffen haben. Das stimmt. Aber ich bin sicher... Also, die sind ja alle nicht so sehr attraktiv, ne? Oh. Schöne Höhle. Ja. Tropfsteinhöhle. Mwah. Mwah. Mit der Laktiten. Laktiten? Genau. Höh. So, das ist das, was sie darüber gesprochen hat. Das ist das Boot, das die Frau ausgedacht hat, um wegzukommen. Also, ihr zwei gehen wirklich mit dem? Ja. Das ist nicht nur über Jill, aber das Uroboros-Projekt als auch. Uroboros. Uroboros. Verlässt uns. Verlässt uns. Mal wieder. Mal wieder. So weit er aus der Höhle raus ist, wird die Sonnenbrille aufgesetzt. Genau. So. Und wir haben ein... Verlässt uns. Verlässt uns. Ja. 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 Oh nein, aber ich grüße die auch mal eben aus. Oh oh. Oh nein, Spinnen. Warum? Ich hasse Spinnen. Oha. Nein. Ich kann nur um Hilfe betteln. Danke. Gut, ich helfe dir, indem ich dir einfach das Messer ins Gesicht haue. Das ist... Das ist clever. Im realen Leben nicht so helfen. Kannst du mir ein Küsschen geben, aber nicht so. Aber nicht, solange du eine Spinne im Gesicht hast. Oh. So ein Facehugger-Ding. Oh nein. Nein, ich hab... Oh Gott. Nichts war nicht gut. Ich geb dir von dir oben ein bisschen Deckung. Du müsstest die Leiter wieder aufstellen. Ich habe die Leiter auszusehen runtergetreten. Guck erst mal hier hinten, weil hier ist noch Zeugs. Hier oben auch. Ach so. Jetzt geht's ja nochmal weiter. Ich habe etwas gefunden. Yay. Was? Eine Schatztruhe war hier. Und hier oben ist ein Stein. Geh mal aus dem Schussfeld raus. Ja, bin ja schon weg. Meiner. Sapphire. So. Oh oh. Oh nein. Für sowas ist die Schrotflinte, glaube ich, relativ gut geeignet. Ist mir aber die Munition erst mal ein bisschen zu wertvoll. Liegen doch schon wieder welche. Hier ist ein Stein. Oh. Ich habe auch was gefunden. Nee, ist kein Stein. Das ist das Schöne an so Höhlen. Da sind meistens irgendwelche Stein. Oh, ein Pflänzle. Wie haben wir das denn übersehen? Hey, Pflänzle. Ich habe keinen Platz mehr. Warte mal. Komm mal zu mir. Ja. Dann nehme ich das Pflänzle nochmal mit. Und jetzt hoch, ne? Yes. Ich habe es schon mal aufgestellt. Ausgezeichnet. Ja. Ja. Oh, mein Gold. So. Jetzt kommen noch mehr Spinnen, vermutlich mal. Ja, mit Sicherheit. Ich habe dumme Befürchtungen, was, was, äh... Oh Gott. Gegner sein könnte. Oh Gott. Fick Mama. Und ich bin wieder mal ange... Ja, die sind aufgeräumt hier. Ja. Oha. Vor allem, das sind auch noch so eklige Spinnen. Ja. Die sind ganz schleimlich aus. Ich erinnere mich ein bisschen an, an, an... Facehugger von, von Alien. Oha. Oh, da ist ein, da ist ein, äh... Stein im Schädel. Ja, dann schieß ihn raus. Yes. Und da ist noch ein Stein im Schädel. Und hier ist... Wetter aufheben. Da oben leuchtet auch... Da oben leuchtet was im Feuer. Meine Güte. Hier sind so viele Treasers. We're getting motherfucking rich. Moment, gucken, ob hier noch irgendwo in der Wand noch was ist oder in der Decke. Nee. Open up. Open up, open up, open up, open up. Ja. Okay. Das sieht sehr ver, 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 verwinkelt aus und so. Und da ist ein riesen Edelstein natürlich in der Mitte. Ein Labyrinth. Und Fledermäuse. Zombie-Fledermäuse. Genau. Die Eier liegen. Genau. Kill ihn before it lays eggs. Ja, ich wusste auch nicht, dass es diesen Ort gibt. Es ist, wie es ein recenter Aktivität gab. War die recenter Aktivität? Paranormal Aktivität. Golde. Pistole. Wo sind wir? Ah, wusch. Äh. Oh. Da ist eine Spinne. Da war eine Spinne. Da war eine dicke Spinne. So, aber immer auf eine Karte sieht das hier gar nicht mal so verworren aus. Nee. Ist schon mal gut. Wann haben wir hier? Oben. Ich brauche mal deine Hilfe. Ich habe ein bisschen Angst. Wobei, ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber. Oh yes, it is. Oh. Yes. Ohohoho. Yes. Denn wir können dann Urlaub machen. Yes. Aber nicht hier. Oder müssen Rett hier gehen. Ist hier noch irgendwas? Hier ist was. Ja, hier ist was. Is is marked. Alter, und da ist schon wieder eine Riesenspinne. Vielleicht lautet die Aufgabe auch, schießen sie alle Spinnen vor der Wand. Da gibt es bestimmt ein Achievement für. Ja. Äh, du bist in die falsche Richtung. Ups. Ja, das kennt mich. Oh, ein Checkpoint. Ich glaube, hier geht es gleich los. Was geht los? Ich will noch mehr Gold. Ich bin süchtig. Gold Fieber. Oh, oh. What? Nein. Wir sind jetzt nicht getrennt. Doch. Fuck. Ja. Diesmal nicht eine Mauer trennt uns, sondern ein Abgrund trennt uns. Boah, ich muss auch noch runter, glaube ich. So ein Scheiß. So, erst mal hier gucken. Hier ist nämlich noch was. Oh, es sind wieder die, die Fisch. Hier habe ich auch was, was ich nur mit dir zusammen öffnen kann. Warte. Das ist mal eben hier. Alter, ich habe dir den Kopf abgeschossen. Wie kannst du mich noch attackieren? Ja. Ja. Oh no, jetzt kommen die Zombies. Gott. Der hat ein Schild. Das finde ich mal unfair. Ja. Ich glaube aber, ich bin gleich wieder bei dir, wenn das hier alles so weitergeht. Hier drüben ist wirklich was, da kann ich nur mit dir zusammen. Ja, da muss ich ja irgendwie wieder zu dir stoßen können. Hier vorne ist wieder so ein Sarcophag. Da ist bestimmt wieder Gold drin. Ja, bestimmt. Und hier ist auch noch, ich glaube, wir sollten einfach mal jede, jede Feuerschale zerschießen. Ich schieße ihm in die Lände und sein Kopf platzt. Das macht nicht so ansatzweise Sinn. Und ich bin leer geschossen. Verknüpft. Autsch. Autsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss... Kannst du zu mir kommen? Ich muss hier erstmal überleben, weil ich habe gerade meine Handgun leer geschossen. Und werde hier von allen Seiten attackieren. Renn doch etwa schnell. Wir kommen ja hinterher. Das geht ja nicht. Ja. Stump. Tod. Also finde ich hier gerade Unmengen Maschinen an, Emma. Das gefällt mir. Ich verteidige dich schon. Renn einfach. Stop that what. Aber hier rote Pflänzle. Ah, shotgun shells. Die kann ich jetzt leider nicht mit... Oder? Ja, doch. Moment. Ja, ich komme ja schon. Hitz mich nicht. Oh, hier ist auch ein... Gold und so. Hier ist auch ein Sarkophag. Können wir uns dann auch gleich nehmen. Moment, wie komme ich denn zu dir rüber jetzt? Ah, hier. Genau. Oh, ein Pool. Toll. Wow. Was? Das war doof. Man spinnt. So. Autsch. Da hinten ist eine Kiste. Hier sind viele Kisten. Und da sind Steinchen drin. Und hier sind Spinnen. Ich bräuchte deine Hilfe. Danke. Schön. Das sieht hier schon wieder so nach Falle aus. Lass mal zusammenbleiben, lieber. Okay. Ich nehme aber erstmal hier den Treasure. Oder du den Treasure, nehme ich den anderen Treasure. Nein, hier bei den Kisten soll ich mit zusammenbleiben, weil das sieht nach Falle aus. Oh, 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 oh. Oh, ich bin leer geschossen. Fuck. Oh. Der mit den... Der fucking lebt noch. So. Komm hier rüber. Hier ist ein Stein. Und die andere Kiste hast du auch noch nicht aufgemacht, ne? Nimm dir erstmal Maschinengewehr. Ja. Ich bräuchte nochmal kurz. Dankeschön. Ich habe keinen Platz mehr für die Munition. Das riecht mich gerade ein bisschen auf. So. Steinchen ist... Äh. Soll ich mitnehmen? Na, warte, warte, warte. Ich habe jetzt mal mitgenommen. Ne, ich muss nur noch eben die Handgun durchladen. Kannst du nicht die Pflänze kombinieren oder hast du keinen Zugang? Habe ich schon. So, jetzt... Dankeschön. Bitteschön. Weiter geht's. Dann combine ich die direkt. Und dann rüste ich jetzt erstmal meinen Revolver aus. Erstmal die Typen hier abknallen. I take the Drago noch. Yes. Ich mache es Dirty Harry Style. Wie er wegrennt. Das hier sieht so nach... ...nach Bossfight aus. Und da ist Muni für uns. Maschine. Schrot. Ach, ich habe ja auch noch Shotgun-Hermo für dich. Komm mal her. Tolle. Merci. So, und... Und, äh... Ja, das ist so viel. Checkpoints. Hier ist ein Kontrollpunkt und hier sind ganz viele... Ja, ich nehme nur mal die rechte Seite. Ich nehme mal die linke Seite. Oh, oh. Gott. Nicht gut. What? Nein. Katsimi ist aber erschreckend kurz. Ähm. Okay. Aber die wollen einfach... Wir müssen beide drehen. Dreh. Komm hoch. Wo? Komm. Komm. Ähm. Drehen Sie bitte jetzt. Ach, da kommen aber mehr Kugeln. Okay. Dann geht es okay. So, jetzt... ...nur noch... Run. ...an den Kugeln vorbei. Natürlich. Ah. Scheiße. Ich kann nebenbei noch... ...looten. Das ist nicht gut. I don't like it. Nee, ist die Tür schon wieder zu? Fuck. Die Tür ist schon wieder zu. Nein. Doch. Das ist doch kacke. Warte, ich komme. Das heißt, wir müssen dann, glaube ich, einfach... Ohne... Ohne looten. ...durchrennen, wie bekloppt. So. Man muss auch... ...drehen. Entschuldigung. Ich hatte schon gedrückt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich renne hier einfach hinterher. Boah. Das passt, das passt, das passt, das passt, das passt. Das passt. Da, 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 da. Da, da, da. Mein Hut. Wo bist du? Ach so. Ah, ich stehe auf der Platte und dann bleibt die Türe oben. Genau. Jetzt könnten wir theoretisch in Ruhe looten. Na, dann machen wir das doch. Außer, dann kommen wieder welche und dann geht die Tür wieder zu und das wäre scheiße. Ja, ich habe aber auch wenigstens in Ruhe gelootet. Aber ich glaube, das war es auch schon. Hö. So. Dankeschön. Ich will. Wir sind ja unter uns, ne? Es gucken nur wahrscheinlich Millionen Leute zu. Schön, wenn das Millionen wären. Milliarden. Bazzillionen. Open that door. Mr. Gorbatschow. Open this gate. So, Zeit für den Cut. Genau. Wir bedanken uns. Ja, und hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder ein. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Bye, bye.